Ja, hallo und herzlich willkommen zu Pressekonferenz nach der Partie Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand lautet 1 zu 0. Wie immer gebührt das erste Wort unseren Gästen. Herr Funkel, wie haben Sie die Partie gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch an Dirk und dem SV Darmstadt zu diesem Sieg, der der Mannschaft hoffentlich weiter Selbstvertrauen gibt, sodass wir auch in den nächsten Wochen viele, viele Spiele gewinnen, um letztendlich ihr Ziel zu erreichen, in der Klasse zu bleiben. Ja, das war eine Niederlage, die nicht unbedingt notwendig war. Wir haben eine Reihe von Tormöglichkeiten, gerade auch in der ersten Halbzeit, gehabt, die wir nicht genutzt haben. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit zweimal den Pfosten getroffen. Das ist ärgerlich, aber das passiert nun mal, dass man in dem einen oder anderen Spiel im Laufe einer Saison kein Tor schießt, dann kann man das Spiel nicht gewinnen. Und von daher ist diese Niederlage ärgerlich. Aber auch sowas muss man wegstecken können, das können wir wegstecken. Und unsere ganze Konzentration gilt jetzt auf die Regeneration für die nächsten zwei, drei Tage. Wir haben am Freitag das nächste Spiel zu Hause vor richtig vollem Haus gegen den VW Bochum. Und da wollen wir natürlich wieder gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Funkel. Dirk, wie hast du die Partie gesehen? Ja, erstmal guten Abend und Friedhelm, danke für deine Glückwünsche und deine Wünsche. Ich glaube, wir wussten von Anfang an, was heute mit Fortuna Düsseldorf auf uns drauf zurollt. Tabellenerster, viele Tore geschossen, ganz breite Brust. Ja, und wir Tabellenvorletzter. Mit einem Aufwärtstrend zuletzt, vier ungeschlagene Partien. Trotzdem mit sehr viel Respekt auch vor dieser außergewöhnlich guten Zweitligamannschaft. Wollten trotzdem von Anfang an aus einer gut strukturierten Defensivarbeit mutig nach vorn spielen. Ich glaube, das haben wir in den ersten 15 Minuten noch sehr gut hinbekommen. Wo nochmal G eine Großchance hatte, die er leider nicht nutzen konnte. Zunehmender Spieldauer. Ist dann Fortuna besser ins Spiel gekommen. Hatte auch ein paar gute Möglichkeiten. Speziell in der ersten Halbzeit, wo wir uns nicht immer ganz glücklich verhalten haben. Und dann mit dieser gelb-roten Karte kurz vor der Halbzeit beim Stand von 1-0 ging es erstmal nur noch darum, in die Halbzeit zu kommen, uns neu zu sortieren, uns ein bisschen zu schütteln. Und dann in den zweiten 45 Minuten nochmal alles zu versuchen, die Fortuna im Zaum zu halten. Wohlwissend, dass das Spiel zum Großteil in unserer Hälfte stattfinden wird. Und dass die Fortuna geduldig versuchen wird, die Lücke zu finden, um dann zum Abschluss zu kommen. Haben das dann aber mit Glück und Geschick über die Zeit retten können. Glück in dem Fall, da wir zwei Pfostentreffer bei uns zu vermelden hatten. Den einen haben wir selber vorbereitet, wo Kevin, glaube ich, den Ball nicht richtig unter Kontrolle kriegt. Das zweite war sehr ordentlich von Fortuna gespielt und wir hätten uns da auch nicht beschweren können, wenn wir da den Ausgleich kassieren. Im Nachgang bin ich sehr glücklich vor allen Dingen und sehr stolz, mit welcher kämpferischen Einstellung, mit welcher Moral und welcher Mentalität vor allen Dingen die Mannschaft alles versucht hat, diesen wichtigen 1-0-Sieg nach Hause zu bringen. Das war auch deshalb für uns wichtig, weil es seit langer Zeit, ich glaube, irgendwann im Herbst letzten Jahres, war der letzte Heimsieg hier, die Fans und das Umfeld und alle, die sich auch mit dem Verein identifizieren, nach so einem Sieg gesehnt haben, dass er so extrem schwer wurde. Da haben wir nicht ganz in dieser Härte gewusst, dass es ein dickes Brett werden wird, was wir wollen müssen. Das war uns allen klar. Trotzdem bin ich sehr stolz, wie das die Mannschaft dann über die Zeit gebracht hat. Und wir diese drei Punkte verbuchen können. Ich glaube, das war wieder ein Lebenszeichen nach den letzten vier Partien, wo wir auch schon gepunktet haben. Was uns aber in der Tabelle noch nicht groß weiterbringt, sondern nur drei Punkte auf dem Haben-Konto. Wir sind natürlich gut beraten jetzt, wie die Fortuna in die Regeneration schnell zu kommen. Uns gut zu vorbereiten auf das Spiel in Kiel am Samstag, um dort auch den nächsten Schritt zu machen und an die guten Leistungen und an die Punkte der vergangenen Wochen anzuknüpfen, um auch weiter diesen Aufwärtstrend bei uns Einzug lassen zu haben. Meinem Kollegen mit seiner Mannschaft wünsche ich natürlich alles Gute für die Zukunft. Auch viele Siege. Ich glaube, dass der Erstligazug definitiv nicht ohne Fortuna abfahren wird. Ich wünsche Ihnen dann auch nächstes Jahr in der ersten Liga alles erdenkliche Gute. Und jetzt eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Dankeschön, Dirk. Sollte es Fragen geben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen dann aufs Mikro warten, bitte. Ich fange mit Jens Mannmacher vom Darmstädter Echo. Dirk, was hast du gestern am Sonntagnachmittag gegen drei Uhr, da waren glaube ich die Zweitligaspiele fertig gedacht. Dreht man dann nicht durch als Trainer, wenn man dann auch noch einen Tabellenführer vor der Brust an der wirklich heiklen Situation? Nö, also wir haben auch nach den Spielen, wo wir weniger erfolgreich waren, weiter ruhig gearbeitet. Wir hatten in der Vergangenheit unsere Hausaufgaben gut gemacht und das Glück, was wir heute hatten, haben wir uns auch ein bisschen erarbeitet. Die anderen Ergebnisse können wir eh nicht beeinflussen und die anderen Spiele sowieso nicht. Und deswegen haben wir die Ergebnisse zur Kenntnis genommen, wohlwissend unsere Punkte selber einfahren zu müssen. Und da sind wir auf einem guten Weg und da wollen wir natürlich auch weitermachen. Dementsprechend hat mich das relativ cool gelassen. Stefan Kühnlein von der DPA Herr Schuster, die Stimme war schon vorm Spiel so oder ist das Ergebnis des Mitgehens? Nein, die war schon vorm Spiel so, seit gestern quasi. Und was haben Sie gedacht, Fabian Holland, kurz vor der Pause, die gelb-rote Karte wieder in Unterzahl. Haben Sie gedacht, wie können wir das jetzt wuppen oder wie war da Ihre Reaktion? Haben Sie kurz schon mal angedeutet? Mein erster Gedanke war von meiner Warte aus berechtigt. Wenn man so einen Zweikampf gestaltet, hinten dran ist und dann von meiner Warte aus ein Trikot zieht und der Schiedsrichter pfeift, ist es für mich zwingend eine gelbe Karte. Deswegen hätte man das auch anders lösen können. Dann ging es nur noch erstmal darum, in die Halbzeit zu kommen, uns neu zu sortieren, ein, zwei Lösungen der Mannschaft noch anzubieten, wie wir Konterattacken fahren können und wie wir weiter kompakt und eng stehen können. Und das hat die Mannschaft dann sehr gut umgesetzt. Wir machen weiter mit Alex Westhoff von der FAZ. Herr Schuster, nur ein Lebenszeichen oder auch vielleicht ein bisschen mehr nach so einem Abend wie heute, auch mit der Atmosphäre, die hier nochmal kreiert worden ist? Ich glaube, ein weiteres Lebenszeichen nach den letzten Ergebnissen. Über mehr möchte ich danach gar nicht reden. Die Tabellensituation hat sich nicht verändert, hätte sich auch bei anderen Ergebnissen nicht verändert. Vom Platz her, ich denke, dass wir gut beraten sind, weiter hart zu arbeiten, weiter ruhig zu arbeiten, weiter sauber zu arbeiten, um unser Ziel im Endeffekt alle gemeinsam zu erreichen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Deswegen bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen unseren Gästen aus Düsseldorf eine gute Heimreise und viel Erfolg im Kampf um den Aufstieg.